Vor allem, warum ist der Wasserhahn schon wieder kaputt? Heyo Leute und herzlich willkommen zu Sims 4. Wir haben 2000 Euro Schulden. Äh, Simoleons. Ist mir gerade aufgefallen? Naja, wir wollen uns dieses Mal um die Hochzeit kümmern. Die haben nämlich hier, äh, Hauptziel heiraten, Gäste, die Zeremonie, äh, bla bla bla. Und jetzt sollen die erstmal miteinander flirten, ne? Revi und, äh, die gute Isabelle. Das letzte Mal ist ja, oh nein, ist jetzt irgendwas wieder kaputt gegangen. Warte mal, das, äh, da kümmert sich mal, äh, Marc drum. Der ist nämlich gut in so Sachen. So, reparieren und, äh, warte mal, aufwischen. So, Marc, das machst du am besten. So, und, äh, die beiden hier, die sollen auf jeden Fall miteinander flirten, damit das hier nach oben kommt. Aber warum einen Gartensalat zubereiten? Muss das vielleicht Annika machen? Was, die will schlafen? Ein Nickerchen machen. Während der Hochzeit, ähm, okay, gut, das hätten wir geschafft. Äh, sie erzählt wahrscheinlich gerade vom Feuer oder was weiß ich, keine Ahnung. Trinken. Sie will was trinken, ne? Äh, warte mal. Äh, wer ist das da? Frodo. Was willst du? Hä? Achso, ruft jetzt der Rektor an wegen, ähm, okay, geh mal dran. Kevin, du hast die Schule geschwänzt. Ja, äh, deine Noten werden schlechter, okay? Aber es war ein Notfall. Wir haben gesagt, Kevin soll die Schule, äh, schwänzen. Auf jeden Fall. Ne, der geht jetzt nicht mehr in die Schule. Nö. Nö. Nö, nö, nö. So. Ähm, ist das etwa auch kaputt? Das gibt's doch nicht. So. Äh, Isabel, geh mal bitte. Pass mal auf. Ist der Kühlschrank etwa auch am Arsch? Sag mal, was könnt ihr überhaupt? Hä, und wo krieg ich denn Getränke her? Geht das bei schnelle Mahlzeit? Milch. Zählt das als trinken? Geh mal was trinken, damit das hier hoch geht. Und Marc, der Bro hier. Alter, was ist hier los? Warum kann der das nicht reparieren? Gibt's das, hier gibt's kein Reparieren. Wie sieht's denn hier aus? Hallo. Jede Hochzeit muss irgendwas eskalieren. Ach, jetzt hier. Marc, reparieren. Auf geht's. Und danach machst du auf jeden Fall einen Gartensalat. Äh, äh, warte mal. Brunch servieren. Geht das? Gartensalat? Hallo? Armer Ritter, was? Äh, geht's hier? Gartensalat? Hallo? 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 Äh, schnell nochmal Brunchen, ne? Wo kann ich denn das auswählen? Mensch. Wie ist das bei Kochen? Ist hier der Garten? Da oben, Gartensalat. In Partygröße. Das machst du. Meine Güte, ey. So. Ähm, Revier. Äh. Ihr könnt, keine Ahnung. Warum? Hä? Jede Hochzeit ist irgendwie am Eskalieren. So. Äh, Frodo. Du machst dich mal... An wen machst du dich gerade ran? Du musst dich an C ran machen. So. Ähm. Mach ihr mal ein Kompliment. Hier. Die Elena... Wie heißt sie nochmal? Johnson, ne? War's, glaub ich. Elena... Warte. Da oben steht's doch bestimmt. Elena Johnson. Genau. Sie liebt auch die Natur. Ist romantisch und gesellig. Okay. Das ist interessant. Revier muss in der Stunde zur Arbeit. An seiner eigenen Hochzeit. Aber, ähm... Sollte eigentlich kein Problem sein. Dann geht der Bräutigam halt. Ne. Der soll dann einfach, wenn's ankommt, äh, dann macht er einen Tag Urlaub. Kevin bleibt auf jeden Fall weiter zu Hause. Frodo, du machst dich ein bisschen an C hier ran. Ähm. Red mal über Interessen mit ihr. Und, äh, ja. Warum trampelt dich so? Ach so. Ja, ja, ja. Marc macht, äh, wunderbar hier den Gartensalat. Oh mein Gott, Leute. Es ist einfach wieder eine kleine Eskalation hier. Ja, du kannst dich ja mal freundlich bei der da vorstellen. Wie heißt die? Äh, Lea Müller. Okay. So. Also, Leute. Ich feiere nie wieder Hochzeit bei mir zu Hause. Erstens geht das sau viel kaputt. Und zweitens... Hier, wisch das mal auf. So, warum? Hä? Eine weiße Torte. Nein, wir brauchen keine neue Torte. Mach das in den Müll. Mach das weg. Stell das einfach hier hin. So. Genau. Er macht den Gartensalat. Jawohl. Marc hat's geschafft. Der Gartensalat ist zubereitet. Warum Kuchen backen? Wir haben doch hier schon einen stehen. Nein, Leute. Wo ist Frodo jetzt? Hier. Kann er sie denn herbeirufen? Geht das? Ähm, warte mal. Kann er nicht mit ihr irgendwie alleine sein oder so? Warte mal. Äh, bezahlten Urlaub nehmen. Das macht Revi jetzt am besten. So. Äh, Frodo. Mein Guter. So. Es wurde Gartensalat serviert. Das heißt, du kannst ja jetzt hier auch ein Gericht nehmen. Was ist jetzt? Ist der schon wieder kaputt? Alter! Das ist die Hochzeit der Zerstörung. Reparieren! Meine Fresse! Schreit das Baby? Ne, alles gut mit dem Bild. Doch, es schreit. Okay. Ja, die kümmern sich hier drum. Oh. Ja. Oh. Okay. Ja. Alles gut. Oh. Fein, fein. Gut. Ich glaube, das stinkt. Stinkt Olaf? So. Alter Schwede, Leute. Ich hasse es. Ich hasse die Eskalationen immer. So, der ist jetzt schön am Essen. Danach soll er mal schön aufs Klo gehen. So. Verwenden. Wo geht denn Annika hin? Ach was. Jetzt holt sie das Zeug von hier draußen. Und dann stelle ich es jetzt gerade wieder rein. Geht das? Warte mal. Ne, jetzt kann ich es nicht mehr verschieben. Mist. Warum ist hier schon wieder... Ah! Was ist hier los, Leute? Was zum Henker ist hier... Was ist das jetzt? Ungeduldig. Eingepfercht. Ja, dann geh doch mal nach draußen. Runden schwimmen. So. Oh, Mann. Aber hier, die Elena, die hat er jetzt schon mal ein bisschen besser kennengelernt. Hä? Wer hat denn jetzt was getrunken? Ach so, weil er die Milch getrunken hat wahrscheinlich. Warte mal. Revi, wie geht es dir denn eigentlich? Du musst auch aufs Klo, so wie es aussieht. So. Warum muss sie unbedingt ihren Scheißkuchen backen? Das verstehe ich nicht. Ich raff es nicht, Leute. So. Das hier kommt in den Müll. In den Müll. So. Jetzt, äh, macht sie ein Feuer? Ah, ne, da war ein Buch. Okay. Okay. Sind die beiden, warum sind die beiden so zusammen unterwegs? Ja, äh, Kevin, nein, du gehst trotzdem nicht in die Schule. Du gehst jetzt Würstchen grillen. Okay. Und dann viel Spaß. Mann. Okay. Gut. Mein Guter. Also, äh, mit Frodo ist, äh, morgen erst der erste Arbeitstag. So, der ist jetzt wieder draußen in der Natur und ist glücklich. Kann er denn die hier herbeirufen? Ja. Geht das denn herbeirufen? Ja. Die soll doch mal hier vorbeikommen. Und, äh, der ist am Schlafen und sie ist am Schlafen. Was zur Hölle? Jede Hochzeit ist am Eskalieren. Das ist... Ha, 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 Mann. Okay. Okay. Warte mal. Wie sieht's hier aus? Seid ihr wirklich so am Arsch kommen, dann steht ihr beide jetzt mal auf. So. Und, äh, geht mal hier hin. Hier hingehen. So. Du stehst mal auch auf und gehst hier hin. So. Let's go. Zieht ihr vielleicht das Hochzeitskleid nochmal an? Du bist die Braut. Was geht hier ab? So. Und jetzt geh einfach hier. Revi heiraten. Just do it. So. Guckt alle zu, Mann. Die heiraten jetzt. Oh, Mann. Und, Alter. Schon wieder da hinten etwas kaputt. Ihr müsst zugucken. Hallo. Die heiraten gerade. Guckt zu. Oh, Mann. So. Ja. Sie sind geheiratet. Äh, verheiratet. Sie heiratet in Unterwäsche. Wann ist denn das vorbei? Ach, okay. Jetzt haben sie die Ringe ausgetauscht. Okay. Yeah. Oh, Mann, Leute. Es ist einfach, es ist einfach immer. Warum haben die nicht zugeguckt? Warum gibt das keine Punkte? Leute. Mann. Hallo. Die haben es direkt vor eurer Nase gemacht. Ihr seid doch alle ein bisschen bescheuert. Kann das sein? So. Frodo, ruf sie mal herbei. Herbei rufen. Mach das mal. So. Kommt sie jetzt? Elena, du musst kommen. Oh, Mann, 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 Leute. So. Okay. Und jetzt? Äh, flirten. Mach das mal. Springt sie drauf an. Oh, shit. Oh, shit. Einen Korb bekommen. Oh, nein. Und jetzt schnell ab ins Wasser. Leute. Die will nicht. Die will absolut nicht. So, äh, hier, äh, du gehst mal hin und reparierst das Waschbecken. Meine Fresse. Warum ist denn alles so schwierig? Und warum musst du jetzt hier aufs Klo, wenn der das Waschbecken reparieren will? Und warum geht Kevin da rein? Was macht ihr? Und das Baby schreit auch schon wieder. Revi, genau, du kümmerst dich ums Baby. Warum? Das ist nicht dein Baby. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Leute. Sie schläft jetzt hier. Das ist schön. Revi kümmert sich ums Baby. Wie du siehst, stinkt das Baby, oder? Ja. Revi, das Baby stinkt. Du musst ihm die Windel wechseln. So. Hier. Annika ist in der Stunde Arbeit. Okay. Äh. So. Mark, würdest du dich jetzt bitte drum kümmern, dass das hier repariert wird? Du kannst es nämlich so gut. Und das hier bitte aufwischen. Mach das mal. Einfach mal bitte machen. So. Ah. Jetzt auf einmal. Okay. Okay. Jetzt wieder anscheinend alles in Ordnung. Okay. Dann könnt ihr ja zusammen flirten. 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 Okay. Jetzt springt sie drauf an. Oh, die sieht echt heiß aus. Ja, ja, ja. So. Hau mal einen Anmachspruch raus. Geht das? Mal gucken, ob sie drauf angeht. Eine schnelle Wiedergutmachung. Genau. Mach das mal. Mach erst mal das. Boah. Leute. Okay. Ist jetzt angenommen. Das ist schön. Das ist echt schön. So. Belohnung. Eine zauberhafte Hochzeit. Okay. Wir haben Tischschmuck bekommen. Warte mal, da gucken wir mal hier ins Inventar. Oder wo? Halt mal. Da muss ich doch hier gucken. So. Da unten, ne? Das hier haben wir bekommen. Wegen Hochzeit. Oh. Was? Ein... Hä? Was ist das? Ein Frosch. Wir haben voll viele neue Sachen. Was ist das hier? Nein. Wie geil. Wo sind eigentlich meine Gitarre? Ich habe doch da eine Gitarre stehen gehabt. Leute. Wo ist die Gitarre hin? Wir stellen das jetzt auf jeden Fall mal. Ähm. Hier hin. Nice. Was ist das? Spionage Abzeichen. Okay. Ne. Will ich nicht. Was ist das hier? Teil für sanitäre Anlagen. Achso. Okay. Das, das, das. Das hier. Können wir das nicht vielleicht einfach in Kevins Zimmer hängen? Hier rein. So. Obwohl, vielleicht ist es auch was für Revi, weil der ist ja Astronaut. Ne. Aber Kevin ist ja Revis Kind. Ähm. Von daher hat er das seinem Sohn sozusagen vermacht. So. Okay. Jetzt Frodo. Hier. Und Anmachspruch raushauen. Oh. Sie ist drauf eingegangen. Oh. Okay. Das ist schön. Toll. Okay. Jetzt geht ihr zusammen schwimmen oder was? Äh. Oha. Leute. Da läuft was. So. Weiter flirten. Ja, ja, ja. Also. Ist eigentlich ganz nett. Ne. Die zwei. Okay. Dann würde ich jetzt aber sagen. Oh. Okay. Mach mal an. Mach sie an. Los. Oh. 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 Ganz unauffällig. Ganz unauffällig. Alles klar. Oh. Hä? Oh. Okay. Okay. Leute. Mark ist zur Arbeit. Das ist gut. Ist er denn in der richtigen Verfassung oder stinkt er denn? Oh ne. Er muss mega aufs Klo. Aber der kann auch auf der Arbeit aufs Klo gehen. Das soll mal mit Kollegen Kontakt knüpfen und so. Und der gute Revi. Ne. Fuck ey. Irgendwer, wer gut drauf ist. Isabel. Du gehst mal hier hin und bezahlst die Rechnung. 2.000 Euro. Und jetzt nochmal an alle, die sagen. Basti, cheate dir Geld. Nein. Ich spiele das Spiel richtig. So. Werde mir garantiert kein Geld cheaten. Das ist. Nein. In einem Let's Play nicht. Vor allem, warum ist der Wasserhahn schon wieder kaputt? Boah. Ne. Das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.